Hallo zusammen, ich begrüsse euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für Lemmy und mich an unser drittes Vielseitigkeits-Turnier, und zwar wieder auf Bern. Und wir starten wieder ein CCB Welcome. Und leider ist das Wetter heute nicht so gut, schon die ganze Woche nicht. Wahrscheinlich wird der Boden ja auch etwas tief, aber wir werden alles geben. Und im Moment regnet es noch, aber es soll bis Mittag aufhören. Das heisst wenigstens Springen und Cross können wir wahrscheinlich trocken reiten. Die Ressour haben wir zum Glück hier Hauen, aber bis dort werden wir auch durch den Regen müssen. Und es ist ja jetzt ziemlich genau ein Jahr nach unserem ersten CC. Ich könnte sonst hier, ich weiss nicht wo, ich verlinke es euch zu schauen. Und ja, wir hoffen natürlich, dass wir schon, vor allem im Dressour, Fortschritte sehen. Dort ist eigentlich mein Ziel schon, in der vorderen Hälfte zu sein, wenn alles gut geht natürlich. Im Springen möchte ich wieder neu sein und im Cross probiere ich Zeit zu reiten. Es wird wahrscheinlich heute nicht einfach durch den tiefen Boden, aber wir probieren es. Ich wünsche euch jetzt viel Spass bei diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020